Gucken wir mal, ich spiel mit Bot Yobi, alles klar. Auch wenn sie fragen... Da da da... Wo ist der Bot denn? Weg! Oh Gott, ich seh grad oben deinen Headshot und denke ich hab auch nicht schon fertig. Dabei lebte meiner noch, aber dann war er doch tot. Woa, Instant Headder bekommen! Nein, ich bleib einfach stehengeblieben. Oh mein Gott, Digga! Er cheatet, oder? Was war das denn grad für ein Spin? Hä? Also ich meine... 6-0 spricht jetzt nicht für cheat, aber... Einfach Instant! Nein! Oh mein Gott! Warum die? Warum die? Warum die? Okay, ich weiß nicht, ob er nicht cheatet. Ich weiß nicht, ob er nicht cheatet. Spielt sehr komisch, der Boy. Der sind auch ganz komisch in die Ecke gespinnt. Aber mal gucken. 9-1, 9-1, okay. Hä? Er konnte noch schießen? Hä? Er konnte noch schießen? Hä? Er konnte noch schießen? Hä? Er hat Konzentration, Digga. Versteh mal die Welt. Ich geh links lang einfach. Mal gucken, ob sie jetzt anders spielen. Angehittet. Perfekt. Okay, ich guck rechts, ich guck rechts. Boah, er ist hinten. Okay, ich geh lang, ich geh lang hier. Er ist hinten unten an dem Sieger. Boah, was? Ich hab ihn angehütet. Ich hab ihn liegt auf Formen, Digga. Half-Life. Maximal. Mann, alter ey. Gib ihm 33 und 2, alter. 33? Dann hat er 84 abgezogen bekommen. Krass. Lappbub. Gucken wir mal was mit MP5 so. Den Rest muss ich mir sparen. Move it, move it. Wir gehen rechts. Okay, wir gehen nicht rechts. Oh, alter. Ja! Der ist oben, Balkon, Balkon. Er spring grad runter. Er kommt zu dir. Nein, er ist auf Bombenplatz, angehittet. Geh schnell rauf, geh schnell rauf. Geh mal. Boah. 67 gegeben. Nice. Alter, hab ich so'n blöden Headshot abbekommen. So'n ganz doofen. Oh. Die Zeit hat nicht mehr gereicht. So, okay. Jetzt doch out dabei. Puh. Der ist da hinten. Oh, was? Links Bombenplatz. Oh, ha. Hä? Wieder so müsste er sein. Ja, ja. Ich hab grad... Na ja. Na ja. Ach nö, ich hab den Nova. Ja, der ist... Na ja. Ich hab den Nova. Krasse Nova. Krasse Nova. Boah, ich musste wechseln, Alter. Ich kann keine Nova gebrochen. Ja, ich hab ihn auch noch getroffen, kurz. Nice. Irgendwo, was war das für ne Actionrunde gerade? Ja. Ja. Geld ist safe, Alter. Ah. Na? Hm. Na. Na. Granats. Zack, 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 zack. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ja. Toll. Voll Ringgelat in die Kacke. Oh, er steht rechts an dem Heubeinwagen. Nämlich hat's ne blöde Nate dahinten getroffen gleich. Gleich am... am... am Anfang. Komm, Alter. Ich weiß, was ich nehme. Am Anfang. Komm, Alter. Das ist voll komisch. Das ist alles bisschen komisch gerade, ey. Hm, die ist scheiße geflogen. Warte. Zack. Flashy. Die. Wer denn jetzt hier ist? Ach, du bist so. Ey, ist klar. Ja. 52 und 3. Ich teste mal was. Ja. Ist du durch die Wohnung? Ach, du snipest auch. Digga, du auch. Dein Ernst. Ja. Okay, er ist hinten links in der Wohnung. Hör auf zu brennen. Ey, sei im Ernst. Ich treffe ihn nicht. Ich war so drauf. Einer war oben in dem Wohnungsgang. Er müsste da jetzt runterkommen. Ja. Genau. Ungefähr von da. Ja. 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 Oha. Wusste sofort, dass ich jetzt rauslaufe. Ja. Er hat mich vor... Er hat mich gesehen, bevor ich ihn gesehen habe. Ist... Ist okay. Ist okay. Ist auch langsam eintönig die Scheiße hier. Alles voll zu dir. Er ist schreckenstimmig. Boah. Ja. Ich habe ihn 3 abgezogen. Jetzt runtergesprungen eben. Eier hier. Ja. Und ich habe vollen Kugelhage auf ihn auf 1,4 Meter Entfernung und 3 habe ich ihn abgezogen. 3 HP. Ey. Läuft ganz sauber. Ich habe es auf Aufnahme... Äh... Schreibt in die Kommentare. Ich meine, aus anderthalb Metern habe ich, weiß ich, wie viele Kugeln auf ihn geschossen. Habe ihn mit einer getroffen. Habe ihn 3 abgezogen. Mit einer M4? Oder was hatte ich eine AK? Oder? Galil. 3 in einem. Wahrscheinlich nur ein Vorwurtsstreifer. Kommt. Fellas. Was? Hast du ihn schon geortet? Mann, ich häng hier. Dann könnte ja noch Wohnung kommen, wenn du ihn da nicht hast. Bei mir. Boom. Boom. Oh shit. Oh shit. Wie ne Gazelle. Nein, warum schmeiße ich die weg? Scheiß ich Geld oder was? Ach kacke. Was sagst du denn dazu? Gockel. Gockel. Oh. 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 Das war ein Unfall. Das war ein Unfall. Mann. Ich mach auch alles falsch grad. Nice Diggy. Alter. Er hat sich vorsneaken wollen aber ich habe seinen Ärmel gesehen. Im Wesentlichen war ich mit direktem Headshot. Alter. Eigentlich war ich schon verwundert, dass ich nicht gleich gehadert habe. Weil ich habe seinen Schatten gesehen und schon. Tick. tick 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 so dann machen wir doch auch mal da die branche auszuwählen ja bei mir ist einer durch beide durch beide durch schade um die 60 hp wer da sitzt der ich total erschöpft jetzt von der ganzen angelegenheit alter ich hab 3600 ich krieg immer noch nur eine farmers bei autoboy was ist das jetzt die hoch in die wohnung ich gehe hoch in die wohnung bei mir kommt bei ja komm bei dir ah nein oha wie schnell er mich dauer macht ja klar ich finde die nicht so schlecht die waffe deswegen ich lasse das so wenn ich mit einer alternativen waffe die man sonst nicht verwendet doch relativ stabil spiele dass ich sie dann wechsle so weich das mag ich immer nicht beides bei mir einen habe ich getroffen 22 in einen angeblich jetzt anspott naja oh lucky treffer alter richtig lucky durch die kisten vorbei ich habe sein kopf dann gesehen bin dann zur seite gegangen aber er hat einfach diesen millimeter durch die kisten noch geschafft mich zu treffen zwei mal und den 80 abgezogen naja ich sag mal naja keine ahnung alter ja fick dich doch man naja oha ja und dadurch bist du immer so verwirrt so aber die verraten sich eigentlich dämlicherweise weil er hat links hier eine brand hingeworfen so die wahrscheinlichkeit dass er dann selbst durch die brand geht ist klein wie sein genital ja was gehst du jetzt auch hier jetzt kommen die vorne nein die werfen da ne brand wenn die ne brand werfen kommen sie dann nur von da lass mal gut sehen alter lass mal bin satt ha er schreibt easy wahrscheinlich nicht ich